Wenn du dich für Ernährungs- und Gesundheitsthemen interessierst, bist du bestimmt schon über den Begriff des MCT-Öls gestoßen. Besonders in der Biohacking- und ketogenen Szene hat dieses Öl als Zutat im Bulletproof Coffee in den letzten Jahren eine immer größere Aufmerksamkeit bekommen und wird von vielen als eine der besten Energiequellen für Körper und Geist angesehen. Deshalb erfährst du von mir heute alles, was du über MCT-Öl wissen musst. Wie es sich in Bezug auf die Verstoffwechslung von anderen Ölen unterscheidet, welche Wirkungen sich daraus ergeben, aber auch, was ich an MCT-Öl eher kritisch sehe und wie man es meiner Meinung nach am besten einsetzen sollte. Widmen wir uns aber erstmal der Frage, was MCT-Öl überhaupt genau ist. Auch wenn es danach klingt, handelt es sich nicht um ein bestimmtes Motoröl, das Ganze hat auch generell nichts mit einer Autowerkstatt zu tun. Obwohl man wahrscheinlich erstmal daran denkt, wenn man den Begriff zum ersten Mal hört. Das liegt daran, dass wir es bei Speiseölen so kennen, dass die Fette von Ölpflanzen oder tierischem Fettgewebe extrahiert werden. Von fetthaltigen Früchten wie Oliven oder von Ölsaaten wie Leinsamen oder Sonnenblumenkernen. Das bedeutet, dass Lebensmittel stehen im Vordergrund. Wir erhalten Olivenöl, Leinöl oder Sonnenblumenöl. Und sämtliche Fettsäuren des Lebensmittels sind in dem Öl enthalten. Bei MCT-Öl ist das aber nicht so. MCT steht nicht für ein Lebensmittel, sondern für eine bestimmte Art von Fettsäuren. Der englische Begriff dafür lautet Medium Chain Triglycerides. Das bedeutet auf Deutsch mittelkettige Triglyceride. Triglyceride machen mit über 90% den Hauptanteil der menschlichen Nahrungsfette aus. Dementsprechend bilden sie auch unser Speicherfett, das Unterhautfettgewebe, Baufett und das Organfett. Triglyceride sind aufgebaut aus einem Glycerolmolekül, an das drei Fettsäuren gebunden sind. Und anhand dieser gebundenen Fettsäuren lassen sich die Triglyceride einteilen. Fettsäuren wiederum bestehen aus einer Karboxylgruppe und einer Kohlenwasserstoffkette. Diese Kette ist unterschiedlich lang. Bei bis zu 5 Kohlenstoffatomen spricht man von kurzkettigen Fettsäuren. Kurzkettige Fettsäuren kommen in der Nahrung kaum vor. Sie entstehen aber zum Beispiel, wenn Ballaststoffe durch unser Darmmikrobiom abgebaut werden. Bei mehr als 12 Kohlenstoffatomen wiederum spricht man hingegen von langkettigen Fettsäuren. Aus ihnen setzt sich das allermeiste Fett in unserer Nahrung zusammen. Und bei Fettsäuren mit 6 bis 12 Kohlenstoffatomen, Kettenlänge handelt es sich um mittelkettige Fettsäuren. Dazu zählen die Kapronsäure mit 6 Kohlenstoffatomen, die Kaprylsäure mit 8 Kohlenstoffatomen, die Kaprinsäure mit 10 Kohlenstoffatomen und die Laurinsäure mit 12 Kohlenstoffatomen. Bei diesen mittelkettigen Fettsäuren handelt es sich um gesättigte Fettsäuren, weil sie keine Doppelbindung zwischen Kohlenstoffatomen aufweisen. Sie werden auch in den Nährwertangaben des Öls als solche ausgewiesen, verhalten sich im Körper aber ganz anders. Darauf gehe ich später nochmal ein. Die mittelkettigen Fettsäuren kommen aber nicht in freier Form vor, sondern bilden eben die gerade erwähnten Triglyceride. Mittelkettige Triglyceride sind also Triglyceride, die aus mittelkettigen Fettsäuren bestehen. In der Natur kommen MCTs hauptsächlich in Kokosfett und Palmfett vor. Sie machen hier aber keine 100% der Fettsäuren aus und werden deshalb aus diesen natürlichen Ölen herausgelöst und extrahiert, um am Ende das MCT-Öl zu bilden, das zu 100% aus MCT-Fetten besteht. Schauen wir uns jetzt mal an, wie sich die MCTs, also die mittelkettigen Triglyceride, von den langkettigen Triglyceriden unterscheiden, die ja die Fette darstellen, die wir sonst mit der Nahrung aufnehmen. Der wesentlichste Unterschied ergibt sich bei der Verstoffwechslung der Fette. Schauen wir uns zunächst mal an, wie die LCTs, also die langkettigen Triglyceride, verdaut werden. Im Magen werden die Fette durch die Magenperistaltik emulgiert. Das bedeutet, die Muskulatur in der Magenwand kontrahiert wellenförmig, bewegt und durchmischt so den Nahrungsbrei und sorgt für eine Emulsion, also eine Durchmischung der Fette mit den Magensäften, damit diese eine größere Angriffsfläche haben. Die Magensäfte enthalten nämlich sogenannte Lipasen. Das sind Enzyme, die die Triglyceride schon zu ca. 15% in freie Fettsäuren zerlegen. Im Magen findet also schon eine Art Vorverdauung statt. Dann wandern die Fette weiter in den Dünndarm. Die Aufnahme der Fette im Dünndarm führt zur Freisetzung des Hormons Kohlecystokinin. Dieses Hormon stimuliert dann zwei Organe, die für die Verdauung sehr wichtig sind, nämlich die Gallenblase und die Bauchspeicheldrüse. Die Gallenblase gibt Gallensäuren in den Zwölffingerdarm ab. Diese Gallensäuren sorgen dann für eine noch stärkere Durchmischung der Fette, sodass sich kleinste Fetttröpfchen bilden, die noch mehr Oberfläche für die Zersetzung haben. Das setzt dann die Bauchspeicheldrüse an, indem sie Lipasen bildet, die die Triglyceride jetzt vollständig in langkettige Fettsäuren und Monoglyceride spalten. Diese Spaltprodukte verbinden sich dann mit den Gallensäuren zu lipidreichen, aber auch wasserlöslichen Myzellen. Diese Myzellen werden dann in die Dünndarmschleimhaut aufgenommen und lösen sich dort wieder auf. Das heißt, die Fettsäuren und Monoglyceride werden freigesetzt und die Gallensäuren werden wieder frei, um neue Abbauprodukte der Fette zu transportieren. In den Zellen der Darmwand werden die Fettsäuren und Monoglyceride dann wieder zu Triglyceriden zusammengesetzt. Da Triglyceride aber hydrophob, also sozusagen wassermeiden sind, können sie im Blut als wässrigen Medium nicht ohne weiteres transportiert werden. Deshalb werden sie zusammen mit Cholesterin und fettlöslichen Vitaminen zu sogenannten Kylomikronen verpackt. Diese Fettpartikel gelangen dann ins Lymphsystem, werden von dort aus ins Blut abgegeben und über den Blutkreislauf in das entsprechende Zielgewebe transportiert. Also entweder in die Leber oder Muskulatur zur Energiegewinnung oder ins Fettgewebe zur Speicherung. Und dort werden die Fettpartikel durch andere Lipasen wieder in freie Fettsäuren zerlegt, damit diese im jeweiligen Gewebe auch verfügbar sind. Wir gehen hier aber davon aus, dass die Fette in der Leber zur Energiegewinnung verbrannt werden. Die langkettigen Triglyceride haben also einen recht langen Verdauungsweg, bei dem viele verschiedene Organe eingebunden sind. Deshalb schauen wir uns mal an, wie das Ganze bei den mittelkettigen Triglyceriden aussieht. Wir sehen hier direkt schon, dass der Verdauungsweg bei den MCTs deutlich kürzer ist. Das liegt in erster Linie daran, dass die MCTs aufgrund ihrer kürzeren Kohlenstoffketten relativ gut wasserlöslich sind. Im Magen müssen sie deshalb auch nicht so stark mit den Magensäften durchmischt werden. Sie werden dort zum Teil durch Lipasen in mittelkettige Fettsäuren gespalten und bleiben zum anderen Teil als Triglyceride bestehen. In beiden Formen gelangen sie aber direkt in die Dünndarmschleimhaut und werden dort dann als mittelkettige Fettsäuren aufgenommen. Es müssen also keine Gallensäuren gebildet werden, die die Fette wasserlöslich machen, weil sie schon weitgehend wasserlöslich sind. Es müssen keine Bauchspeicheldrüsenenzyme gebildet werden, die die Fette weiter spalten. Und es müssen keine Micellen gebildet werden, weil die mittelkettigen Fette direkt in die Dünndarmschleimhaut aufgenommen werden können. Und von der Dünndarmschleimhaut aus gelangen die mittelkettigen Fette direkt in den Blutkreislauf. Sie nehmen also keinen Umweg über das Lymphsystem und müssen auch nicht zu Kylomikronen verpackt werden, weil sie ja schon wasserlöslich sind. Über das Blut werden sie dann in die Leber transportiert, damit sie dort zur Energiegewinnung verbrannt werden können. Wir sehen also, dass die mittelkettigen Triglyceride einen deutlich kürzeren Verdauungsweg haben und dementsprechend schneller verstopft wechselt werden als die langkettigen Triglyceride. Dabei haben wir bis jetzt aber nur betrachtet, wie die Fette in ihr Zielgewebe gelangen. Aber noch nicht, wie in den Leberzellen im Endeffekt Energie aus den Fetten gewonnen wird. Das schauen wir uns jetzt mal an, denn da gibt es ebenfalls große Unterschiede zwischen den MCTs und LCTs. Diese Grafik sieht erstmal recht unübersichtlich aus, deswegen gehen wir die Schritte einmal kurz durch. Wir sehen hier einen Hepatozyten, also eine Leberzelle, in der die Fette zur Energiegewinnung verbrannt werden. Wir schauen uns da zunächst mal den Weg der langkettigen Fettsäuren an. Diese gelangen hier auf der linken Seite als LCFA ins Zytosol der Leberzelle. Dort reagieren sie mit einem Enzym namens Acyl-CoA-Synthetase zu Acyl-CoA. Das ist die aktivierte Form der Fettsäuren, die für die Energiegewinnung genutzt werden kann. Zunächst muss das Acyl-CoA aber erstmal in die Mitochondrien gelangen. Und das erfolgt über den sogenannten Carnitin-Transporter. Dabei wird der CoA-Rest vom Acyl-CoA abgespalten und die Acylgruppe wird auf Carnitin übertragen, sodass Acyl-Carnitin entsteht. Dieses wird ins Mitochondrium eingeschleust und im gleichen Zuge wird der Acyl-Rest wieder auf CoA übertragen und Carnitin wird wieder aus dem Mitochondrium herausgeschleust. Heißt, die aktivierten Fettsäuren in Form von Acyl-CoA sind jetzt im Mitochondrium. Und dann beginnt die sogenannte Beta-Oxidation. Das ist der oxidative Abbau der Fettsäuren zu Acetyl-CoA. Und die entstandenen Acetyl-CoA-Moleküle werden dann zur Energiegewinnung in den Zytralzyklus eingeschleust. Die langkettigen Fettsäuren haben also einen recht langen Weg, bis aus ihnen dann tatsächlich mal Energie erzeugt wird. Ganz anders sieht das bei den mittelkettigen Fettsäuren aus. Genauso wie sie in die Leber den direkten Weg genommen haben, nehmen sie auch ins Mitochondrium den direkten Weg. Heißt, sie gelangen ohne Aktivierung und ohne Carnitin-Transporter direkt ins Mitochondrium und werden dort im Rahmen der Beta-Oxidation zu Acetyl-CoA oxidiert. Weil die mittelkettigen Fettsäuren den direkten Weg nehmen, werden im Mitochondrium sehr schnell große Mengen an Acetyl-CoA freigesetzt, die gar nicht vollständig in den Zytralzyklus eingeschleust werden können. Deshalb werden aus dem Acetyl-CoA Ketonkörper gebildet, die ins Blut abgegeben werden und dort als Energielieferant dienen. Und das ist im Endeffekt das, was wir auch haben wollen. Dabei führt aber nicht jede mittelkettige Fettsäure zu einer gleich starken Bildung von Ketonkörper. Denn ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass es vier verschiedene Arten von mittelkettigen Fettsäuren gibt. Da gibt es die Kapronsäure, Kaprylsäure, Kaprinsäure und die Laurinsäure. Und diese Fettsäuren werden nach der Anzahl ihrer Kohlenstoffatome auch benannt. Aus Kapronsäure wird C6, Kaprylsäure wird C8, Kaprinsäure wird C10 und die Laurinsäure wird C12. Welche dieser Fettsäuren ist jetzt am besten geeignet? Dazu kann man sagen, je kürzer die Kohlenstoffkette, desto mehr Ketone werden aus der Fettsäure gebildet. Also ist theoretisch die kürzeste Fettsäure, nämlich C6, am besten geeignet. C6 hat allerdings den Nachteil, dass sie sehr faulig schmeckt, unangenehm riecht und nicht selten zu Magenbeschwerden führt. Dazu kommt, dass C6 in Kokosfett und Palmfett so gering konzentriert ist, dass ein Öl, das zu 100% aus C6 besteht, unverhältnismäßig teuer wäre. Deshalb ist C6, obwohl sie viele Ketone bilden, nicht am besten geeignet. Bei C12, also der Laurinsäure, haben wir diese Probleme nicht. Allerdings ist die Wirkung bei C12 nur schwach vorhanden. C12 wird aufgrund der langen Kohlenstoffkette recht träge verstoffwechselt und führt nur zu einer schwachen Ketonkörperbildung. Weshalb sogar diskutiert wird, ob C12 überhaupt zu den mittelkettigen Fettsäuren zählt. Diese beiden Fettsäuren fallen also schon mal raus. Somit bleiben noch C8 und C10. Und dazu habe ich mal eine interessante Grafik mitgebracht. Hier hat man den Testpersonen verschiedene Fettsäuren gegeben und dann den Ketonkörpergehalt im Blut gemessen. Wir haben hier eine Kontrollgruppe, dann eine Kokosnussölgruppe, eine C10-Gruppe, eine Gruppe, die C8 und C10 in Kombination bekommen hat und eine reine C8-Gruppe. Und man sieht, dass das reine C10-Öl keine wirklich große Ketonkörperbildung zur Folge hatte. Der Wert liegt hier nur unwesentlich über dem vom Kokosöl. Deutlich besser ist da die Kombination von C10 mit C8 und am besten hat hier ganz klar das reine C8-Öl abgeschnitten. Deshalb ist 100%iges C8-MCT-Öl auch das, was ich empfehlen würde. Wenn du ein gutes Produkt suchst, dann schau gerne mal in die Videobeschreibung. Da verlinke ich dir ein sehr hochwertiges MCT-Öl, das vollständig aus C8 besteht. Zusammenfassend bis hierhin kann man also sagen, dass die MCTs vom Körper leicht und schnell aufgenommen werden. Der Vertauungsweg ist wesentlich kürzer und auch die Energiegewinnung erfolgt in weniger Schritten, als bei den langkettigen Triglözeriden. Deshalb werden sie für die sofortige Energieerzeugung in der Leber verwendet, indem sie uns Insulin unabhängig mit Ketonkörpern versorgen. Und da ist die C8-Fettsäure am effektivsten, weil sie zur stärksten Ketonkörperbildung führt. Diese Ketonkörper stehen dem gesamten Körper und insbesondere dem Gehirn als effektive Energiequelle zur Verfügung, weil sie die Blut-Hirn-Schranke leicht überwinden können und konstante Energie liefern, ohne den Blutzuckerspiegel dabei zu beeinflussen. Jetzt kommen wir aber auch mal zu den Schattenseiten des MCT-Öls. Zuerst muss man sagen, dass die Verwendungsmöglichkeiten von MCT-Öl schon mal recht eingeschränkt sind. MCT-Öl hat nämlich einen vergleichsweise niedrigen Rauchpunkt und ist daher nicht zum Backen oder Braten geeignet, weil man mit zu starker Hitze die Struktur der Fettsäure und damit auch die Wirkungsweise des Öls zerstören würde. Man sollte stattdessen eher direkt, oder man sollte das MCT-Öl deshalb eher direkt auf einem Löffel Mono zu sich nehmen oder es in einen Smoothie oder Saft geben. Der zweite Punkt ist nur bedingt ein Nachteil, aber ein Punkt, den man auf jeden Fall im Hinterkopf haben sollte. Und zwar handelt es sich bei den MCTs nicht um essentielle Fette. Man sollte also nicht auf die Idee kommen, andere Fettquellen, über die man essentielle Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren zu sich nimmt, durch MCT-Öl zu ersetzen. Die braucht man nämlich auf jeden Fall trotzdem. Da muss man sagen, dass MCTs in der Natur in reiner Form nicht vorkommen. Kokosfett zum Beispiel als die beste MCT-Quelle besteht trotzdem nur zu 60% aus mittelkettigen Fettsäuren, zusammen mit langkettigen Fettsäuren und eben nicht zu 100% aus mittelkettigen Fettsäuren, wie es beim MCT-Öl der Fall ist. Und deshalb ist der menschliche Verdauungstrakt nicht an die Verwertung größerer Mengen an MCTs gewöhnt. Und wenn wir es am Anfang übertreiben, können Bauchschmerzen und Blähungen auftreten. Deshalb sollte man mit einer sehr geringen Menge anfangen, damit sich der Körper daran gewöhnt und dann kann man langsam die Dosis steigern. Und ein letzter Nachteil von MCT-Öl wird meiner Meinung nach von Biohackern und Ketarian total vernachlässigt. Auch wenn MCT-Öl natürlich eine sehr gute Energiequelle darstellt, handelt es sich trotzdem um ein Öl und damit um ein hochraffiniertes Produkt mit kaum Mikronährstoffen. Wir nehmen sehr viele Kalorien zu uns, aber eben kaum Mikronährstoffe. Deshalb sollte man MCT-Öl meiner Meinung nach auf jeden Fall mit vitalstoffreichen Lebensmitteln kombinieren. Man kann es zum Beispiel sehr gut in einen grünen Saft oder Smoothie geben, was Doppelsinn macht, weil wir zum einen viele Mikronährstoffe zu uns nehmen und die MCTs zum anderen die Bioverfügbarkeit der fettlöslichen Vitamine und sekundären Pflanzenstoffe erhöhen. An den Punkten erkennt man, dass MCT-Öl definitiv nicht das Wundermittel ist, als dass es häufig dargestellt wird. Trotzdem kann MCT-Öl meiner Einschätzung nach in einer mäßigen Dosierung und in Kombination mit sehr mikronährstoffreichen Lebensmitteln, beispielsweise in einem grünen Saft oder Smoothie, eine gute Energiequelle darstellen. Nicht als einzige Energiequelle, sondern als alternative Energiequelle, um die metabolische Flexibilität des Körpers zu trainieren. Besonders in Kombination mit dem Intervallfasten, wenn die erste Mahlzeit des Tages ein grüner Saft mit MCT-Öl ist, dann bleibt der Körper länger im Fettstoffwechsel, was für viele Menschen wichtig ist, weil der Körper heutzutage bedingt durch eine sehr kohlenhydratlastige Ernährung ohne längere Essenspausen kaum noch die Möglichkeit hat, in den Fettstoffwechsel zu schalten. Wenn du das Ganze mal ausprobieren möchtest, dann schau mal in die Videobeschreibung, da verlinke ich dir ein sehr hochwertiges MCT-Öl, das zu 100% aus C8-Fettsäuren besteht. Wenn ich das Thema für dich ein wenig beleuchten könnte, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da, darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.